Wir fahren über die zwei Höger. Und jetzt, was machen wir? Wie sitzen wir, wenn wir hier drüben fahren? Im Stahl. Im Stahl, richtig. Gut, 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 gut. Gerade ausschauen, sehr gut. Gut. Ja. Kommt einfach hin, trampen, trampen, trampen. Wir fahren jetzt hier runter. Jeden Einzelnen. Jetzt kommen wir hier von der Kurve. Und wenn ihr gerade ausschaut, seht ihr ja, die Kurve könnte rutschig sein. Das heisst, wo bremsen wir? Hier. Vor der Kurve, hier schon bremsen. Ja. 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 Ja.